Grüß euch hier aus dem Otrei. Wir sind hier im Schulhof, kurz vor dem Tauerncenter. Wir haben heute mit den Islthaler Betriebs- und Vereine-Meisterschaften begonnen. Um 9 Uhr haben wir in der Schirmpark die Stadnummer für wahnsinnige 50 Teams ausgegeben. Das ist auch Wahnsinn. Ich würde mich gerne bedanken bei allen Vereinen und Betrieben natürlich für die größere Anteilnahme an den ganzen Rennen. Es ist alles gut verliefen, alles verletzungsfrei da oben hergegangen. Jetzt befinden wir uns eben kurz da für den Skiball. Der hat schon gut gestartet um 19.30 Uhr. Es sind schon ein Haufen Leute. Wir erwarten ca. 800 Leute. Mehr darf man leider nicht einlassen. Ja und wie gesagt, die Corona-Regeln desselben haben gefolgt. Ein paar Kleinigkeiten haben wir natürlich gemäßt inhalten. Ein kleines Covid-Präventionskonzept haben wir gemäßt erstellen. Und einen Covid-Beauftragten müssen wir auch erstellen. Das ist meine Wenigkeit, damit wir die ganze Pandemie recht nicht wieder verrundtreiben, sondern sie miteinander beenden. Und spielen tut bei uns das Österreich-Quintett und in der Schnapsbäude Mika und Dua und dann lassen wir es rauchen. Und für euch alles geht das mal. Vielen Dank. Applaus Bühne Bühne Trey Bühne Trey Bühne Yow 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 Das war eine Lüste.